Wird die Kamera sicherlich gleich nochmal hinschwenken, da steht nämlich ein Auto der Dupree. Mercedes ist das und ich glaube auch, dass Stefan Groth-Stollen oder waren mehrere beteiligt. Einer vorne links oder wie ist das? Hinten links eher. Im McLaren dann der Dupree Mercedes mit Plattfuß hinten rechts. Also sei es mir nicht böse, aber für Dupree ist das Wochenende oder ist der bisherige Verlauf auch? Ja, Vollkatastrophe, muss man wirklich so sagen. Jetzt sehen wir nochmal die Einfahrt dort. Da dreht sich tatsächlich Stefan Groth-Stollen, ich glaube ja fast, ohne Feindberührung. Und dann krachte der Dupree, der ausweichende Christoph Dupree in seinem Mercedes, dem McLaren in die Seite. War es ein McLaren? Schon, ne? KTM-Crossport. Entschuldigung, der KTM-Crossport von RTL Projects mit Jan Krabbeck am Steuer. Krachte eben dort in die Seite. Tja, einer verlor die Kontrolle über das Auto, der Lillisdorf-B KTM-V.